Einen schönen guten Tag, ihr lieben MakerLine. So, dann kommen wir mit, dann kommen wir mit. Die Susanna filmt heute mal wieder, ja? Von daher, wenn's schief ist, ist ihre Schuld. Die lacht sich grad hinten dran weg, sagt immer, hallo. Oh nee, nicht wackeln, mach den Zuschauer nicht schwindelig. So, wir haben grad das Ding hier gesucht, da haben wir die ganze Zeit da hinten rumgesucht und haben's nicht gesehen und sind dreimal dran vorbeigelaufen. Selbst die Susanna ist dran vorbeigelaufen. Genau, so, die packen wir weg. Da, zweimal Western Digital Red, 4TB-Platten. Kommen nochmal zwei morgen oder übermorgen oder sowas in der Richtung. Habe ich für euch bestellt. Warum habe ich die für euch bestellt? Weil mittlerweile mir der Speicherplatz ausgeht. Ich hab jetzt schon nochmal 1TB am Wochenende dazugekauft, damit ich das machen kann. Und, da fällt wieder der Schaft raus. Yay. Nur nicht wegschmeißen, brauchen wir noch. So, was machen wir heute? Ja. Heute, ich lenke dich mal kurz ab, Susanna. Da haben wir, hallo, da haben wir das zweite Teil. Ihr seht, ich hab die mittlerweile in ABS gedruckt, auch das erste schon montiert. Und das zweite müssen wir jetzt aufbereiten. Oh, ich mach grad Schräubchen. Und dann können wir die heute montieren. Ja. Genau, das muss aber erstmal noch entgratet werden. Dafür habe ich so ein schönes Tun hier. Das verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Danke, Susanna. Man muss sie einfach lieb haben. Hat sie schief hingestellt? Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Machen wir live vor Kamera. Machen wir es nochmal gerade, ne? So. Ähm. So. Ja, müssen wir nochmal entgraten. Ich hab hier so ein Entgratungstool. Und damit geh ich jetzt einfach mal ganz sachte hier dran vorbei. Hundertprozentig gerade kriegt man's eh nicht. Und da es jetzt so auf dem Boden eingebaut wird, spare ich mir entsprechend die Unterseite nochmal mit einem Heißluftfön entsprechend sauber zu machen. Das sieht man eh später nicht mehr. Ich weiß, es ist die Jobs, hat auch immer gesagt, gab die innere Schönheitsherd auch. So. Ich hab auch noch einen kleinen Fehler gemerkt. Ich hab die Dinger hier jetzt, die Löcher für die Zip-Tice eingebaut. Das Problem ist nur, ich hab vergessen, hier unten so eine kleine Aussparung reinzumachen, dass man die Zip-Tice quasi unten durch verbinden kann. Ähm. Irgendwie hat die Kamera heute auch die Hitzeverträgzeit auch nicht so richtig. So. Wir brauchen diesen Schraubendreher. Ne, das ist der. Der ist zu groß. So, diesen hier. Und dann machen wir gleich mal den ultimativen Test. KVP-Material. Stimmt, kann ich euch mal gleich nebenbei erzählen. KVP ist soweit jetzt gerade. Das Geld hab ich eben rausgeschickt. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, ist das Geld unterwegs zu KVP und das Material ist unterwegs zu uns. Yay! So, das passt zumindest mal schon mal. Also, das flutscht jetzt hier richtig gut rein. Die Löcher hab ich jetzt ein bisschen näher zusammengebracht. Die flutschen jetzt noch richtig gut rein. Und, ähm, genau. Das Einzige, was ich jetzt nochmal beheben muss, ist halt hier unten drunter, dass da noch so eine kleine Kerbe ist, dass der Kabelbinder durchgeht. Sonst liegt quasi das Teil auf dem Kabelbinder auf. Ist auch nicht unbedingt schlimm, aber muss halt nicht sein, ja? Genau. So, ich hab jetzt auch hier mal kürzere Schrauben verwendet, damit die unten nicht rauskommen, gucken und nicht rauskommen, nicht rausgucken und das Ding nicht verkratzen oben. Und so haben wir jetzt schon mal ein großes Teil. Ja, das muss man jetzt eigentlich, ich baue mal die Kamera um und dann, ich baue mal die Kamera um und dann gucken wir uns mal an, ob das oben reinpasst. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt endlich das ganze Kabelmanagement machen kann, damit ich mich da drum nicht mehr kümmern muss. Vielleicht werde ich nochmal eine Version drucken, wo ich dann auch entsprechend die Zip-Tiles, also die Kabelbinder ein bisschen besser festkriege. Aber erstmal eins vom anderen. Erstmal umbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, low battery. So, ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier zwei Schrauben befestigt, äh, Muttern befestigt, auf der gegenüberliegenden Seite auch schon mal. Und ich glaube, es ist sogar etwas zu kurz vielleicht, ich weiß es nicht ganz genau, das werden wir gleich mal rausfinden. Schrauben habe ich jetzt auch soweit schon mal eingebaut. Na, wenn ich jetzt die Mutter noch finden würde, da. Also, Optimierungsbedarf ist noch da. Ein klein wenig. Man merkt natürlich so mit der Iteration, so über die Zeit hinweg, was man alles besser machen könnte. Ich glaube, die Jungs vom Voron-Team haben sich schon deutlich was dabei gedacht, dass sie die Dinge aussehen gepackt haben, weil sie noch ein Stück weiter runterkommen. Das merke ich jetzt gerade. Das werde ich vielleicht in der nächsten Version auch nochmal machen. Aber ihr seht, das hält. Das ist in der Mitte. Man hat trotzdem noch die Möglichkeit, hier ein bisschen Kabelmanagement zu betreiben. Das finde ich super. Und jetzt kann man hingehen und kann hier auch endgültig das Ganze in den Positionen soweit festziehen. Und dann sitzt das bombenfest. sitzt bombenfest, fällt nicht mehr raus, bietet genug Platz hier rechts und links. Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Und jetzt kann man anfangen, wirklich sich Gedanken über das Kabelmanagement zu machen. Also, sprich, geht das Kabel halt hier entsprechend links oder rechts herum. Wie ist es gelegt? Ja, dass man das dann so hier rüber legt. So, Kamera auch mal umgebaut. Susanna steht da und lacht. Die hat nämlich den Take vorher mitbekommen. Und wir müssen uns jetzt echt beeilen, weil die Batterie von dem Monitor oben geht bald aus. Du lachst, du stehst da und grinst. Du weißt, was jetzt gleich kommt. Ja. Ja, also, Netzteil ist jetzt soweit verbaut. Das heißt, wir können das Energiemanagement und das Kabelmanagement endlich angehen. Das machen wir morgen. Aber morgen steht erstmal was ganz Wichtiges anderes an. Und jetzt werde ich sentimental. Ja, jetzt könnt ihr die Taschentücher auspacken. Ein Grund dafür, dass Makorama heute so existiert, wie es existiert. Dass ich auch die Videos mache und dass ich hier in dem eigenen Büro sitze. Und dass wir das Ganze so aufgezogen haben, wie es ist. Und dass es immer schön wächst und gedeiht. Dafür ist eine Person, finde ich, somit hauptverantwortlich. Die mich immer unterstützt und mir immer sagt, ja, du machst es geil und ja, das wird schon. Und mich immer unterstützt und immer anfeuert und immer an mich glaubt. Und mir immer das sagt, dass das alles ganz cool ist. Und die Person hat morgen Geburtstag. Und die Person ist meine bessere Hälfte, die Anja. Und jetzt kann ich zusammen gleich gleich mal kommen und kann die Kamera nochmal schnappen. Dann gehen wir mal vorne hin. Die Anja darf nämlich heute das Video nicht sehen. Das verbiete ich ihr. Das darfst du nämlich heute Abend um 12 Uhr gucken. Oder morgen erst gucken. Und wir gehen mal kurz vorne hin. Ich hoffe jetzt mal, dass das Licht das aussieht. Ihr seht, überall ist Licht drunter rum aufgebaut. Klappt das so vom Licht? Ich glaube, da kommt ein bisschen zu viel rein. Na, ja, doch. Ops, da bleibt sie hängen. Äh, Moment. Ich stelle mal kurz ein bisschen den ISO runter. Nicht rauf, runter. So. Und da seht ihr schon mal, ähm, ups. Ich gehe mal ein bisschen runter. Hallo, guten Tag. Anja und ich, wir golfen normalerweise immer ein bisschen. Vielleicht kannst du das Stativ leicht hochheben. Das ist zwar ein bisschen schwer, aber gut, danke. Anja und ich, wir golfen immer. Also wir versuchen es zumindest mal, ja. Also wir, wir haben bis jetzt noch keinen ermordet, aber kann vielleicht demnächst mal passieren, so schlecht, wie wir spielen, ja. Ähm. Und Anja hat sich über, aufgeregt über ihre Tasche. Und morgen kriegt sie von der ganzen Kanzlei, von der Familie und von mir entsprechend so eine neue Tasche hier. Die ist echt schick, muss ich sagen. Und klappert nicht mehr, weil bei der alten haben die Schläger immer schön drin rumgeklappert. Und die kriegt sie morgen von uns, inklusive Einhorn. Und das finde ich echt süß. Das finde ich echt süß. Genau. Anja, wenn du das siehst, ich hoffe, es gefällt dir und du bist wenigstens ein bisschen in den Tränen ausgebrochen. Ich liebe dich und alles Gute zum Geburtstag. Genau. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing. Ciao. Ciao.